Wiedergeburt. Marcel? Hast du erschaffen noch eins? Aber sowas von. Ja. Und du meins? Seid ihr jetzt schon tausende Gegner auf dem Screen? Ich nicht. Was sagt eure Tastatur? Gar nichts. Noch 0 von 0. Und? Immer noch nichts. Okay. Erst wenn wir alle fertig sind und das Spiel lädt. Heißt jetzt? Jetzt. 469. Gib. Und 7 Secrets. Start in 4, 3, 2, 1. Was ich mich auch frage, warum wir jetzt vorhin unsere Waffe nicht mehr hatten. Hatten wir doch. Ne, wir haben die Sniper nochmal aufgehoben. Ich hatte die schon die ganze Zeit immer noch dabei. Mhm. Ich nicht. Ich bin Amun. Marc. Fick dich. Amun, Herpe. Herpe. Ja, ich bin Amun und ich hab Herpe. Wedelträger. Wedelträger. Okay. Der wedelt dem König die Luft zu. Wedelträger zu Rechten des Königs. Königlicher Kopist. Ja, Pisser. Kommandant der Truppenherrscher des Pfeiles. Ich bringe allen Ägyptenfreiheit und Wohlstand. Wohlstand. Wodka. Also. Ey Leute, hier ist die Tür, die wir nachher öffnen müssen. Also er muss sie einfach an der Palme wedeln. Hallo? Ja, hallo. Okay. Habt ihr die Tür gesehen? Ne. Nein. Ja. Aber wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Also wir müssen sagen, ey, ich hole sie wieder rein. Und ich geh mal baden. Tschüss. Ja, muss auch mal lang. Langsatzes Zeit. Aha, hier ist was. Minigun. 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 Das ist so typisch, äh, Serious Sam 2 HD, ne? Aber war es ja auch ganz unten im Fluss der Raketenwerfer bzw. See. Oh, ist das schön hier. Ja. Hier würde ich Urlaub machen. Geheimnis. Ich würde sagen, lol, was fliegt denn da rum? Wenn euch diese Spaß mit den grünen Kugeln abschießen, snipe die einfach weg. Die halten nur drei Schüsse aus. Ah, ich dachte Kugeln meinst du? Ne, die Kugeln braucht ihr nicht wegsnipen. Wie kommt man hier hoch, bitte? Alles nicht. Ist das jetzt? Ne, ich laufe die ganze Zeit im Kreis drum herum, aber es bringt nichts. Aber hier geht's hoch. Jo. Wo geht's hoch? Da. Hier hinten. Das heißt, man muss jetzt bestimmt so richtig kasteilisch rüberjumpen. Gibt's auch ein Geheimnis, glaub ich, oder? Sieht nicht so aus. Hier kann man doch schon an den Seiten lang. Was ist das für eine Muni da, die da liegt? Okay, man kommt nicht rüber. Nein. Fuck. Okay, aber hier oben ist man relativ sicher. Ey, komm schon, komm schon. Ja, bin drauf hier. Hä? Wie hast du's geschafft? Du musst da auf diesen kleinen Vorsprung vorher noch springen, der hier an der Seite ist. An welchen? Aua. Hier, wo ich stehe, genau da. Wo Adaga gerade im Hintergrund ist. Ich komm ja nicht mehr weg. So, sollen wir den beiden mal decken gehen, oder? An welchen? Hier. Genau da. Aber komm ich nicht hin. Ja, was soll man von hier aus machen? Erstmal alle Gegner töten. Komm da nicht hoch. Hm, hier hätte ich auch schon ne Idee. Nein, es funktioniert nicht. Äh, es wird wahrscheinlich was mit den Steinen hier drumherum sein. Was? Das, was hier drauf kommt. Was willst du? Oh, wir müssen da hin. Hm. Findest du auch nicht. Marcel. Wo bist du? Hier. Ich hab noch nicht ein ganz tolles Geschenk für dich. Ja, ich schenke dir mein Herz. Oh. Das ist weggeflogen. Oh. Na, wollen wir weiter? Ja. Schon die ganze Zeit war ja. Ah, bin drauf. Und wie? Ja, an der einen Seite hier. Ach, an der einen Seite. Jens, sag mal wo. Ah. Hier. Hier, so ein bisschen da. Siehst du das in einer Reihe? Was gibt's denn da? Was gibt's da? Was gibt's da? Was gibt's da? Ja, wenn Adrian das gleichzeitig macht, dann wird das nichts. Die drängen uns doch aber gar nicht, denkst du. Hier. Da ist so eine Scheiß, so ein kleiner Vorsprung. Was so davon entfernt ist. Ja, ja. Ja. Aber wie gesagt, die kommen da nicht hoch, wenn da noch andere sind. So. Ja, genau. Ja, hochwagen dann irgendwie. Verdammt. 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 Naja, ist auch Latte. Hier geht's sowieso nichts Tolles. Ja, wir haben zumindest schon mal ein Secret. Was auch immer jetzt das Secret war. Hier oben ist auch noch eins, ne? Mhm. Da müsste man... von irgendwo anders auch. Von von hier, glaub ich. Ich bin ja der Meinung von hier, weil hier also auch so'n Vorsprung hast. Also ich bin ja der Meinung von oben ist es am Ende fast. Von oben? Ja, von oben einfach runter springen. Ja, aber wie kommen wir da hin? Ja, egal. Ich geh weiter fassen. Ja, fangen und dann runter fallen das. Alter, aber was zur Hölle? Wollen wir nicht erstmal hier rein und hier steht wieder das auf ägyptisch. Übersetze! Na los! Wenn wir haben wir das. Äh, keine Deckung, nur Mann gegen Mann. Oh, das ist gut. Juffe. 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 Ich hab' rot gehabt denn dann immer so'n... Wo müssen wir jetzt hier überhaupt lang? Links oder? Achso, hier ist noch Rüstung. Bratz, Kopf ab. Alter, Alter, das ist ganz schön hier. Autsch. Oh nein. Oh nein. Wo ist er? Flugunterricht heute mit den Bullen. Jens, warum treibst du es mit den Bullen? Das ist aber... Okay. Ist aber ganz schön pervers, du. So, alle sind jetzt safe. Autsch. Aber selber, ne? Jaja. Muss ja. Na klar. Oh Gott, tausende kleine Kackviecher. Geht nicht, vielleicht. Oder? Ja, ich hab's aufgeschafft. Ja, ich hab's aufgeschafft. Ich hab sogar den Google schmeißer besiegt. Da oben eigentlich noch irgendwo. Da oben eigentlich noch irgendwo. Voll deine Minigang. Jetzt ist das aus der Sturmgewehr. Das Viech lebt immer noch. Scheiß Viech. Ich hatte einen Freund, der mal aufgeschafft hat. Du erinnerst mich davon. Ja. War jedoch geil, wenn man mit dem Bagger hier fahren könnte. Ja, warum nicht? Ich hab da irgendein Schlüssel oder so aufgehoben gerade. Sehr gut. Hier ist ein Scheiter, den man drücken kann. Den hab ich jetzt auch gemacht. Hier gibt's richtig viel Munition. Jetpack, es gibt ein Jetpack. Yay. Gab's ja auch am Ende. Erinnerst du den noch dran? Das war richtig geil. Wow, wie geil ist das denn? Jetzt gibt's die ganze Zeit, oder was? Jetzt gibt's die ganze Zeit, oder was? Jetzt können wir nochmal zurücklaufen und die anderen Geheimnisse holen. Stimmt. Sollen wir's machen? Nein. Da gab's nichts wichtiges. Na dann bin ich mal schon mal oben drin. Aber wir können den Harplin jetzt hinterher fliegen. Das ist sinnvoll. Oh. Was steht auf der anderen Seite? Ein Bagger und Munition und Kisten. Achso, das Jetpack kann nur überhitzen. Ah, keine Munition dafür, oder was? Nö. Geil. Wo lang müssen wir eigentlich? Ich flieg den Harp mit deinem. Oh. Das Jetpack hält aber ganz schön lange aus. Hm. Können wir cheaten jetzt. Können wir alles machen. So, wo müssen wir hin, Leute? Ich glaub wir grad oben bei den Palmen lang. Aber hier ist irgendwie nix. Vielleicht da hin? Auf der anderen Seite ist auch nichts. Nein. Müssen wir doch zurück? Ah. Erstmal die Harplin-Klinik in Verlaufen sagen. Ich schneide mich jetzt alle weg. In der Luft. Oh Gott, sind da viele. Du und du. Ach ja und du auch. Ein Head schon auf die Harplin ist weg. Du brauchst hier noch nicht mal headen. Du brauchst hier irgendwie treffen. Das Jetpack ist echt richtig geil. Das Jetpack ist echt richtig geil. Ja. Achso und die Bälle kann man außerdem auch absniten. Ja. Ich würde sagen gleich, dass hier hinten wieder so viele Gegner gespawnt sind. Ich glaube sogar, dass man hier lang muss. Ich glaube hier hinten. Wir müssen ja ein Siegeln. Ja? Dann werden wir die Tür öffnen hinter uns. Ja. Natürlich müssen wir hinter die Wand da. Wo das dran steht von wegen ein Mann gegen Mann. Ach so. Da müssen wir ja. Hier wo ich jetzt bin. Ja. Guckt euch mal die Harplin an. Die fliegen jetzt durch die Jetpacks. Ach so. Okay. Wollen wir? Jo. Al, die halten richtig lange aus. Ich werde fest. Skorpion auf dem Berg. Stone. Boah, wie viele Skorpione hier sind, ne? Die finde ich halt immer noch persönlich am schlimmsten. Ja. Naja. Ich finde die Skelette am schlimmsten. Aber ich habe keine Muni mehr zu garten. Krass. Sorry. Also das Level gefällt mir auf jeden Fall. Ja, unser Jetpack ist nachher weg. Ich kann die Türen nicht aufbekommen hier gerade. Welche Tür? Hier. Oh, hier irgendwas? Was? Hier ist nur Rohr. Ja, was haben wir bekommen? Was ist das? Irgendwas. Auf jeden Fall geht's hier hinten noch weiter. Hier um die Ecke. Oh, mein Jetpack ist voll überhitzt. Oh ja. Hier geht's weiter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Harpien Armee. Guckt mal bitte in den Himmel. Ja. Geil. 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 Wir sind schon alle dauernd. Ich hab nix gesagt. Ich will ich erhoffen hier. Oh, die Palme wedelt gerade ganz schön. Der Fetty stand daneben. Oh, hier ist jetzt die Keycard hab ich gefunden. Strom hab ich auch. Okay, wir können zurückfliegen, ne? Raketenküste. Wo? Hier wo ich bin. Ah, hier ist auch noch Präzisionsgewehr. Nice. Oh ja. Sehr schön. Okay, fliegen wir mal wieder zurück. Du Spade. Das Täter. Weil ich hab ja irgendwie die Vermutung, dass Rennen schneller ist als mit nem Jetpack. Ah, denk ich nicht, weil du kannst über die Berge drüber fliegen. Guck grad Mark ein und der fliegt. Fliegen ist sicherer aber. Mark fliegt auch nicht über die Berge. Was ich sagen wollte, fliegen ist aber gefährlich. Ey, wo ist das Krähen? Oh, es gibt keine Krähen. Die Gegner treffen nicht, die auf den Boden stehen. Wo, Mark? Hier drin sind Kugeln. Das heißt, hier muss irgendwo auch eine Dinger kommen. Ach, hier kann man jetzt rein. Das ist viel zu weit geflogen gerade. Wir haben die Keynote gefunden. Was macht die Harp hier hier drin und was macht die andere hier auch noch? Wo seid ihr? Da, wo du vorhin rein wolltest. Aha. Aber wenn, wir kriegen die Jetpacks los mit das Level. Da kommt man nicht rein. Jetzt geht's auf. Was machen wir jetzt? Äh, oh, 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 oh. Ist's aufgegangen? Ist's geht auf? Lol. Ihh, was ist denn jetzt los? Hä, woher seid ihr hier gegangen? Alter, what the fuck? Äh, wo sind wir denn? Leute, was macht ihr? Wir sind im Abfluss. Seid ihr dahin gekommen? Nein, man muss jetzt nichts weiter ins Rohr. Wie seid ihr da? Juhu. Was seid ihr denn da hingekommen? Hä, ich hab hier voll keine Orientierung für. Leute, wie seid ihr denn da hingekommen? Äh, einfach hingehen. Hä? Nein. Wo ist der Eingang? Das Jetpack ist weg? Ja. Durchs Wasser, ne? Wo ist der Eingang? Äh, ganz oben drauf so ein, äh, Rohr. Wie macht das? Komm, wir warten auf die lieber, ne? Wie komm ich denn hier raus? Achso, hier ist ein Rohr. Jetzt ist es lame wieder. Oh, jetzt ist es Dings. Hä? Ich sag's, der Jetpack ist weg, ey, das ist ein Scheiße. Ich freu mich ja immer noch, wer wiedergeboren werden soll hier. Soll ja irgendein Bossgegner aus den alten Spielern, keine Ahnung. Das mag gut sein. Aber das Alien-Schiff, denke ich, wird man nicht gut so gern. Irgendwas dickes hier laufen. BAM 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 BAM! Das ist deine Mutter. Alter, wir sind noch erst unter dem Team. Ja, auf jeden Fall ein Level schaffen wir noch. Alter, kommen da noch Wellen an den Gegner. Also, Massenangegner. Äh, ich bin tot. Oh, bist du schlecht. Alter. Oh, bist du schlecht. Alter, Argan ist echt so schlecht. Der guckt euch mal seine Statistik an. Ja, was denn? Das sieht man noch nicht mal. Es gibt keine Statistiken. Ah, ich... Alter, wir sterben alles noch. Ich sag nur Armband, ne? Armband? Armband. Oh stimmt, das gibt's ja auch noch. Alter, für den Granatwaffe habe ich irgendwas rüber abzufunden. Armband war einfach nicht. Ich hab keine Lust mehr zu kämpfen. Ich ziehe wieder Human hier durch. Human? Mit Mama, oder was? Nein! Guck doch, wo ich da vorne hin bin. Aua, er zieht mich ran. Aua. Ich hab ihn mal kurz umgedreht. Ach ja. Wer zieht hier wen ran? Das fette Viech zieht mich ran, wenn ich ihn, äh... Armbanden will. Alter, was hab ich denn... Alter... Ein Knum. Ein Knum hat mich gekriegt. Ein Knum heißt das. Ach, das soll Knum heißen? Keine Ahnung. Durchsens hat man endlich Leben, also von daher. Einfach ein Arsch schießen, dann rollt er schon vorne rüber. Wieso? Ach... Hä? Steht hinter uns noch einer? Ja. Loil, hier spawnen einfach Gegner. Oh je. Ah! Dein kommt schon wieder. Ah, ein Sniper Schuss ist tot bei sobei, ja. What the fuck? Ich hab nicht mehr so viele Sniper Schüsse, das ist mein Problem. Ja, ich hab 12. Eines alle. Komm. Ah, ich hab 20 wieder. Okay. Die wegfetzen einfach mal. Raketen! Ja! Das ist C4. Nee, gibt's auch Raketen. Guckt euch mal an, wie dumm die Gegner sind. Die laufen einfach nach vorne, weil... Äh, hier gibt's wieder Kämpfe. Ich glaub, wir müssen wieder, äh, in die Gegner reingehen. Irgendwas sammeln. Oder? Das ist meistens so. Oh Gott, hier ist jemand drin. Wo seid ihr? Ich kill hier grad den Walker. Ach was? Nein, ich brauch keine Hilfe. Nee. Ah, ist ja gut. Oben 150. Ach, hab ich eigentlich grad drei Rüstung-Camp. Okay, wir haben schon mal wieder irgendwas gefunden. Was denn? Nee, wir müssen das so wieder. Ach so. Oh Gott. Alter, mich verfolgen grad locker 20 Claire, ne? Ja. Ja, genau. Ihr Spackigen Gnum, kommt her. Das ist wieder typisch hier, Sam. Aber irgendwie fehlen mir wirklich die richtigen Gegnermassen. Also, ich hab hier genug Gegnermassen. Ich kann mich nicht beschweren. Wir sind zu viele. Ich will, ich will ein Jetpack haben. Ich will ein Jetpack haben. Ja, ich will auch ein bisschen. Ja, ich will auch ein bisschen. Ja, ich tür mich jetzt mal grad selber. Oh. Oh. Oh, es wächst wieder. Ich häng hier irgendwo fest. Hinter einer Kiste. Hörst du euch drauf schon? Ja, ich bin schon tot, danke. Wir müssen übrigens ein Keynote finden, ne? Ja. Ich hab's grad gesehen. Jetzt bin ich gestorben. Da hinten ist schon wieder so ein Gnum. Sind sie alle? Sind Gnum nicht diese... ...Zombie... ...Gnus? Hm. Ähm, was auch immer du unter Gnus verstehst. Es sind zwar Tiere, aber nein, so sehen Gnus nicht aus, Marc. Ah, was sind die Gnum hier? Die Gnum sind... äh, die Gnum sind diese komischen fetten Viecher. Mini-Geheimnis gefunden. Ha. Mini-Gun-Geheimnis? Mini-Geheimnis. Ach, nur ein Mini-Geheimnis. Der Mini-Gun-Geheimnis. Weißt du, wo die sind? Kinos? Oh, Kinos. Die Karte? Keine Ahnung. Äh, nein. Keine Ahnung, wo die Karte ist. Aber ich renne schon wie ein Wahnsinniger durch die Gegend. Wir haben die Karte doch schon. Nein. Ja, doch, doch. Wir haben sie, wir haben sie. Ey, wo ist das? Wir kommen an dir nochmal. Wo ist das nochmal? Ah! Hä, wo war das denn? Wo kann man die Karte machen? Hinter dir. Aber auch nicht. Und Marc, hier ist gerade so ein Knoo. Äh, K... Knoo... Knoo... Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Soll ich mal rein in diese Scheißdüren? Ja, schlipp rein. Riesfrau knapp. Wird jetzt bestimmt wieder spaßig. Hey, Quinn. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Karte von Setter Kopchev? Ich glaube, du kannst das nicht fünfmal schnell sagen. Nur. Steig auf da und aktiviere die Time-Lock. Bitte. Geh, du denkst, dass die Welt endet. Well, sieht aus wie etwas passiert. Nur nicht hier. Das ist es. Die Time-Lock ist online. Sam, das ist großartig. Well, ich habe schon gearbeitet. Oh, das ist großartig. Oh, sicher, ja, das. Die Mental-Locken sind weggepülen. Geh, du kommst nach der Extraction. Wir werden einen Schraubchen in dir kurz. Warum nicht ich gehe und verspüren, dass ich ihm glaube. Oh, nee. Wir müssen jetzt den ganzen Video auf den Wurf kämpfen. Auf den Jedi warten. Alter. Wir hätten vielleicht doch erst einen Gegner killen sollen. Was ist das denn? Es ist böse. Es ist der Gegner, wo ich sie tue. WTF? Alter. Alter. Oh Gott. Alter, ich gucke den Gegner so an. Boots. Fette Kanonen in die Fresse. Wir müssen in die Kanonen. Einiges haben wir nicht in den Weben. What the hell? Auf was müssen wir denn bei dem schießen? In den Rücken, glaube ich. In den Rücken. Einfach drauf. Nee, nee, nee. Ich glaube in den Rücken. Wir sollten erstmal die ganzen kleinen Viecher drum herum killen vielleicht. Hm, irgendwas zieht den Meerling. Aber ich weiß bloß nicht wohin. C4. Malen wieder weg. Okay, ja. Ich kenn C4. C4. Also ich zieh ihm grad irgendwie gar kein Leben ab. Und ich schieße ihm in den Rücken. Ich bin so einfach C4 und so werfen dann. Der ist gegen seine Kanone. Doch. Wir müssen ihm C4 gegen den Bauch werfen. Da ist so ein Dings. Ich hab keine... Was muss man machen? C4. Hammer. Boots. Loil. Das macht selbst hier hinten auch Schaden. Hat er denn ein Multikill gemacht? C4 gegen den Bauch. Habt ihr mich gehört? Ja. Okay, dann war doch so, wie ich angefangen hatte. Und dein Rücken geht auch. Okay. Oh fuck. Hey lol, das Leben von euch ist alles vorbei. So. Haben wir 10 Stück wieder. Oh Gott. Er mit seiner scheiß Kanone. Er sieht's auch irgendwie nur auf mich ab. Wollen wir denn hier zu viel? Warte. Hammer. Hat er jetzt echt hier den ganzen Platz planiert schon? Wie es aussieht schon, ne? Hier waren mal Gebäude, ja? Alter, der Hammer. Ja. Dadurch, dass er so schwerfällig ist, ist es aber irgendwie schon easy mit dem C4. Ja. Den muss man erstmal rausfinden, ne? Ging relativ schnell. Das kann man aber auch bei den anderen Fettys. Oh Gott ey. Kann man dem Hammer überhaupt ausweichen? Also der Schock wäre der. Ich glaub nur wenn man weit genug weg ist, oder? Ja. Ja. Aber ein C4 ist alles schon wieder. Obwohl ich eben noch 10 hatte. Ey Schiff, du bist auf 1 zurückgesetzt. Ja. Komm schon, geht wie den Rest. Laser Gun. Macht keinen Schaden. Macht gar nichts an dem Schaden. So, ich hab ihn gleich. Ich hab ihn. Was geht jetzt? Vielleicht muss er brechen. Wenn er plappen würde, wärs richtig cool. Wenn er kurz besitzt. Oh mein. Ohhhh. Wieder alle Erwartungen. Toll. Endlich unser Heli. Ohhhh. Ohhhh. Hört ihr die? Ja. Haben die extra gemacht. Soundbuck. Alles klar. Was? Toll. Okay. 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 Für 10€ hätte ich das wirklich gesagt scheiße. Ja ja. Wartet bis zum äh. Moment, was kommt als nächstes Frühlings? Nee. Nee. Das Oster Sale. Genau. Aber das werden wir auch kaufen. Und dann einfach 75% reduziert. Dann verpasst das. Okay. Durchlaufen lassen? Ja, ne? Jaja. Ähm. Okay. Ja, vielleicht kommt er doch am Ende was. Also, das Level mit den, also das was wir gerade hatten mit den ganzen Jetpacks und so das war zwar geil, aber dafür 10€ auszugeben finde ich ein bisschen hart. Oh ja. Vor allem weil es eigentlich nur einen neuen Mob gibt und zwar den gigantischen Fatty. Und sonst nichts. Und geile Musik wie immer natürlich. Viel ein bisschen lauter. Ach, hält sich doch noch in Grenzen. Hintzeria, thanks to... SpecialStyle 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 Ja, gleich haben wir es geschafft mit dem Nvidia Texture Library ja, FXAA und Arabic Podcast Oh, da kommt noch die ganzen Schriftarten Oh Gott, hab ich jetzt gegen was ja alles schon wieder versteht Oh, jetzt kommt die ganzen Äh Doch, noch ein bisschen länger, ne? Ja, jede Jede Credits sind halt anders Das war's Jetzt, jetzt, jetzt Und? 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 Die Musik geht nur zu Ende Okay, das war's Also dann, bis dann Tschüss Auf Wiedersehen But Die Musik-